Hi zusammen, in diesem Video stelle ich dir den Kärcher OC3 ganz genau vor. Das ist ein mobiler Outdoor-Reiniger für alle, die ihr Fahrrad gründlich reinigen wollen. Der OC3 hat einen großen Wassertank mit bis zu 7 Liter und der eingebaute Akku hält ungefähr 15 Minuten. Du benötigst somit keinen Wasseranschluss und keine Steckdose in der Nähe. Ich habe den mobilen Kärcher-Reiniger in den matschigen Wintermonaten getestet und mein Mountainbike sowie mein Gravelbike damit gereinigt. Hier kannst du das Inhaltsverzeichnis des Videos sehen. In der Videobeschreibung findest du auch Kapitelmarken. Durch einen Klick kannst du direkt zu dem für dich interessanten Kapitel springen. Wir schauen uns in diesem Video an, was der Kärcher OC3 bei der Fahrradreinigung leistet. Dafür reinige ich das Gravelbike meiner Partnerin und mein eigenes. Ich stelle dir die einzelnen Produktvarianten des Kärcher OC3 vor. Es gibt auch noch verschiedenes Zubehör. Das schauen wir uns auch ganz genau an. Dann kannst du entscheiden, ob der Kärcher OC3 zu dir passt. Jetzt starten wir direkt mit dem Video. Das ist also der Kärcher OC3 mit 7 Liter. Hier oben ist der Wassertank. Das Ganze ist zweigeteilt. Oben der Wassertank, unten die Aufbewahrungsbox und der Akku. Wie gesagt, 7 Liter Variante. Es gibt unterschiedliche Varianten. Die zeige ich dir später. Ich wollte einfach den großen Wassertank, damit ich mein Fahrrad komfortabel reinigen kann. Den Wassertank kann ich oben befüllen. Habe ich jetzt hier drin im Haus gemacht, weil ich draußen keinen Wasseranschluss habe. Und unten hier die Aufbewahrungsbox. Hier ist die Aufbewahrungsbox. Da der Sprüher. Kann man einfach hier so langziehen. Und hier eine Zusatzdüse. Die zeige ich nachher. Es ist ein Zubehör, was ich gekauft habe. Und hier der Sprühkopf. Da kann ich die Düse wechseln. Ich zeige jetzt hauptsächlich diese Standarddüse, die jetzt hier ist. So eine Mitteldruckdüse. So kann ich sie wechseln. Den Wassertank setze ich wieder ein. Und jetzt kann ich ihn überall hin mitnehmen. Auch ins Auto oder eben dann später wieder ins Haus. Hier mache ich ihn an. Und dann kann ich auch schon lossprühen. Jetzt, bevor ich dir die Fahrradreinigung zeige, lasst uns einen Blick auf die unterschiedlichen Ausstattungsvarianten beim Kärcher OC3 werfen. Auf den ersten Blick ist es nämlich etwas verwirrend. Also der OC3, das ist der Kärcherreiniger für Unabhängige. Und er ist geeignet für kleine, empfindliche bis größere, robuste Reinigungsobjekte. Also genau das, was wir für unser geliebtes Fahrrad brauchen. Insgesamt haben wir hier sieben Varianten. Hier oben diese drei. Und hier unten die vier. Ja, auf den ersten Blick, wie gesagt, etwas verwirrend, aber eigentlich ganz logisch. Also im Wesentlichen sind es hier diese zwei Produkte OC3 Plus. Den habe ich jetzt mit sieben Liter Wassertank. Also der große Liter, der große Wassertank, der war mir sehr wichtig. Und dann gibt es noch den kompakten kleinen OC3 mit nur vier Liter. Ja, insgesamt kann ich mein Fahrrad hier ganz locker und gründlich vor allem reinigen. Mit einer Tankfüllung mit diesem großen OC3 Plus mit den sieben Litern. Ja, hier unten gibt es noch andere Kärcher OC3 Produkte mit diesen schwarzen Zusatzboxen. Du hast einfach diese schwarze Zusatzbox unten, die du dann ranklipsen kannst. Und da ist dann eben spezielles Zusatzequipment enthalten. Schauen wir uns gleich an. Hier den OC3 Foldable. Der ist so ein bisschen ein Sonderling, sage ich. Eine Spezialvariante, einfach wenn es sehr, sehr kompakt, wenn der sehr kompakt verstaut werden soll. Ja, was sind die Gemeinsamkeiten? Gemeinsamkeiten sind die Akkulaufzeit von 15 Minuten. Und ja, diese Sprühdüse hat einen 2,8 Meter langen Schlauch. Also ist wirklich sehr, sehr lang. Und hier kann man wirklich komfortabel arbeiten. Der OC3 Foldable, der ist ein bisschen anders. Der hat einen kürzeren Schlauch, nur 1,8 Meter und hat 8 Liter Volumen. Ja, also auch ein bisschen anders. Was ich richtig cool finde an den OC3 Produkten, dass man sich ja dieses Ladegerät, zum Beispiel Kfz-Ladegerät oder auch die schwarze Adventure, diese schwarze Zubehörbox und das ganze Zubehör, was du hier siehst, dass man sich das auch nachträglich noch als Zubehör kaufen kann. Ja, also jetzt ganz schnell noch einen Blick auf das K-Produkt hier zum Beispiel. Beim K-Produkt hier siehst du, hast du ein Kfz, ja, ein Ladegerät mit Kfz-Anschluss. Dann der OC3 Plus, den ich jetzt hier habe. Wie gesagt, ich habe ihn mir gekauft wegen dem großen Wassertank. Kein Zubehör, aber eben großer Wassertank. Zubehörbox kann ich mir aber, wie gesagt, auch jederzeit noch nachkaufen. Dann der kleine OC3, der ganz normale mit kleinem, kompakten 4 Liter Wassertank. Dann die Adventure Box. Wie gesagt, jetzt kommen wir zu den Zubehörboxen. Zubehörboxen, da ist diese schwarze Box eben dabei mit noch Adventure, in Anführungszeichen. Zubehör mit dieser Bürste zum Beispiel und noch einem zusätzlichen Schlauch. Dann die Bikebox eben mit Fahrradreinigungszubehör, was es hier eben noch gibt. Dann die Tierbox noch mit einer Bürste und mit diesem Zerstäuber. Den habe ich auch noch zusätzlich als Zubehör gekauft. Zeige ich dir auch nachher im Video und noch einem anderen Tuch. Und dann das Foldable Produkt zum Zusammenfalten, zum Beispiel für den Wohnwagen. Direkt unter dem Video, in der Videobeschreibung, da habe ich dir die OC3-Produkte auch verlinkt. Also wenn du dir den Outdoor-Reiniger kaufen möchtest, dann schau dir die Links mal an. Das sind Partnerlinks. Für dich kostet es nicht mehr und mit einem Kauf unterstützt du mich und meinen Kanal. Vielen Dank. Und jetzt lass uns das Fahrrad auch richtig sauber machen. Lass uns jetzt also das Grarrel Bike vom Schmutz befreien, damit es wieder sauber ist und strahlt. Zuerst mal hier zur Ausgangslage. Du siehst die Gravel Bikes von meiner Partnerin und mir. Wir waren gestern auf einer Tour und ja, waren da auch im Wald unterwegs. Es war ziemlich, ziemlich matschig und der Schmutz ist jetzt einen Tag später eben sehr fest am Fahrrad dran gekrustet und auch getrocknet. Und jetzt schauen wir einfach mal, was der Kircher hier leistet. Ich starte also mit meinem Gravel Bike und du siehst am Unterrohr, der Schmutz wird wirklich effektiv entfernt. Der hat keine Chance, obwohl er wirklich fest gekrustet ist. Jetzt dann auch noch hier die Bikepacking Tasche sauber machen. Unterrohr und Kettenblatt auch nochmal säubern. Und weiter geht es auch zur Gabel und zu den Reifen. Die werden auch schön sauber gemacht. Einfach hier schön rumgehen und ja, wie gesagt, der Schmutz hat wirklich keine Chance. Weiter geht die Reinigung dann auch mit dem Hinterrad und du siehst, die Reinigung funktioniert hier wirklich wunderbar. Der OC3, das ist ja ein Niederdruckreiniger. Also das sollte man dann auch an den empfindlichen Stellen eigentlich kein Problem haben, wie jetzt beim Tretlager. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, aber prinzipiell auf jeden Fall geeignet, auch für die empfindlichen Fahrradteile hier. Jetzt lasse ich die Reinigung einfach mal ein bisschen schneller ablaufen. Auf einer Seite habe ich das Rad also schon richtig gut von Dreck befreit. Und der Wassertank, du siehst, sieben Liter gehen insgesamt rein und ich habe noch gut die Hälfte, das Wasser ist genau hier. Ich habe also noch wirklich gut die Hälfte vom Wasser übrig. Ich habe ja hier den OC3 Plus mit dem großen 7 Liter Wassertank und damit kann ich dann mein Fahrrad auf der Vorderseite und auch auf der Rückseite vollständig reinigen. Und genau das mache ich jetzt auch. Der Motor des OC3, der macht natürlich auch Geräusche, aber insgesamt hält sich der Geräuschpegel vollkommen in Grenzen. Ich hatte das Geräusch jetzt etwas hier runtergepegelt im Video, weil im Video wird es einfach nerven. Aber in Wirklichkeit, wie gesagt, ist es voll in Ordnung. Mein Fahrrad habe ich hier an einem Sonntagnachmittag sauber gemacht. Und die Nachbarn fühlten sich jetzt hier nicht gestört. Also ja, alles im grünen Bereich, wie gesagt. Trotzdem einfach, dass du mal einen Eindruck bekommst, spiele ich dir das Geräusch jetzt hier mal mit voller Lautstärke ein. Also ich lasse es jetzt hier von diesem runtergepegelten Level einfach mal auf volle Lautstärke hochlaufen. Also nicht erschrecken, wenn es jetzt etwas lauter wird im Video. Das Motorgeräusch habe ich jetzt wieder runtergepegelt. Den Rest der Reinigung lasse ich jetzt mit fünffacher Geschwindigkeit weiterlaufen. Und so schnell kann es gehen. Das Fahrrad ist auch blitzeblank sauber. Der Wassertank, der ist ja abnehmbar. Das heißt, ich mache diese schwarze Gummikappe einfach ab und fülle den Wassertank dann einfach wieder vollständig auf. Und wenn ich dann fertig bin, dann bringe ich die schwarze Gummikappe wieder an. Und ich muss mir hier überhaupt keine Sorgen machen, dass die irgendwie abfällt. Also die Gummikappe, die ist vollständig dicht. Ich sollte den Kercher jetzt nicht auf den Kopf stellen. Denn vielleicht läuft dann Wasser auf. Das habe ich jetzt noch nicht getestet. Aber im normalen Gebrauch muss man sich hier keine Gedanken machen, dass irgendwie Wasser ausläuft. Also auch im Kofferraum. Ja, im Auto hätte ich da jetzt überhaupt keine Bedenken. Das zweite Gravel Bike habe ich dann auch vollständig gereinigt. Auf der Vorderseite, auf der Hinterseite. Hier wirklich gründlich. Und du siehst, von den sieben Liter ist vielleicht noch ein Liter ungefähr übrig. Und das Fahrrad erstrahlt wieder in neuem Glanz. Also so kann man sich mit seinem geliebten Gravel Bike wirklich wieder sehen lassen. Natürlich kann man den OC3 auch für andere Einsatzzwecke einsetzen. Also hier die Stiefel, die ich auch beim Radfahren anhatte. Die sind total verdreckt. Und die kann ich jetzt ganz komfortabel und schnell draußen vor der Wohnung im Garten reinigen. Oder jetzt hier das Fensterbrett und die Fenster. Die haben wir auch ganz einfach mit dem OC3 von außen gereinigt. Und das hat wunderbar geklappt. Zu Beginn des Videos hatte ich es ja gezeigt. Es gibt einiges an Zubehör, wie die Düsen. Zum Beispiel mit einer Vierteldrehung kannst du die Düse ganz einfach wechseln. Jetzt habe ich hier die Kegelstrahldüse. Die hat einen etwas weicheren Strahl. Ich habe am Anfang gedacht, ich brauche den vielleicht. Ich brauche die Düse fürs Fahrrad. Also du siehst, das ist so eine Art Zerstäuber. Das ist die Düse, die ist ja auch bei dieser Padbox, also bei der Tierbox dabei. Und hier der Unterschied, das ist die Standard Flachstrahldüse. Die hat etwas mehr Druck. Und ich muss auch sagen, den Druck, den braucht man auf jeden Fall auch, um das Fahrrad effektiv zu reinigen. Also ich benutze einfach immer die Standard Flachstrahldüse und finde die auch sehr, sehr gut. Wie fällt mein Fazit zum Kärcher Outdoor-Reiniger aus? In den Wintermonaten und im Frühling durch das matschige Wetter war mein Fahrrad oft stark verschmutzt. Ich besitze in meiner Wohnung keinen Gartenschlauch im Außenbereich und für die Fahrradreinigung ist der Kärcher Gold wert. Auch vom groben Schmutz kann ich mein Fahrrad mit dem Kärcher OC3 befreien. Die Reinigung funktioniert wirklich super. Wie schon erwähnt, habe ich dir im Video die Variante Kärcher OC3 Plus mit dem großen 7 Liter Wassertank gezeigt. Die Variante würde ich auch empfehlen, denn für die gründliche Fahrradreinigung wird beinahe der komplette Wassertank benötigt. Die kleinere Variante Kärcher OC3 ohne Plus im Namen wäre mir persönlich zu wenig. Aber für den mobilen Anwendungszweck, zum Beispiel unterwegs im Auto, kann der kleine Kärcher auch ausreichen. In der Videobeschreibung unter dem Video habe ich dir die Kärcher Outdoor-Reiniger aus der OC3 Serie verlinkt. Über die Links kannst du dir den Kärcher direkt kaufen. Das sind Partnerlinks. Mit einem Kauf unterstützt du mich und meinen Kanal. Und für dich kostet der Kauf natürlich keinen Cent zusätzlich. In der Videobeschreibung findest du auch einen Link zu meinem ausführlichen Blogpost zum Kärcher OC3 mit vielen detaillierten Fotos. Auf meinem Blog bikepacking-adventures.com kannst du also alle Details zum Kärcher OC3 nochmal in Ruhe nachlesen. Der Wasserdeckel muss gründlich zugedrückt werden, dann hält der Deckel vollständig dicht und es schwappt auch kein Wasser über. Nochmal kurz meine Gedanken zur Fahrradreinigung und welches Vorgehen sich bei mir bewährt hat. Den groben Dreck beseitige ich mit dem Kärcher Outdoor-Reiniger. Dann besprühe ich mein Rad mit einem Fahrradreiniger, wie zum Beispiel Mug-Off Fahrradreiniger. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, aber andere Produkte sind natürlich ähnlich gut. Nachdem der Reiniger circa 5 Minuten eingewirkt ist, sprühe ich das Rad gründlich mit dem Kärcher ab. Anschließend trockne ich das Rad mit einem Mikrofasertuch, damit sich kein Rost bildet und ich keine Wasserflecken auf dem Rahmen habe. Wie gehst du bei der Fahrradreinigung vor? Hast du Fragen zum Kärcher OC3 Outdoor-Reiniger? Schreib mir einfach deinen Kommentar und ich antworte gerne. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Fahrradfahren mit endlich sauberem Fahrrad. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Fahrradreiniger.